Unglücklicherweise tragen Sie denselben Nachnamen wie eine unserer In-Vitro-Patientinnen. Was ist In-Vitro? Künstliche Befruchtung. Ich habe meine Schwiegermutter geschminkert. Warum musste unser Kind ausgerechnet in meiner Mutter landen? Schön, Sie zu sehen, oder? Vielleicht sollten wir doch besser zum Du übergehen, jetzt wo ich quasi von dir schwanger bin. Ich lasse dich nicht alleine mit meinem Baby. Es ist vielleicht dein Baby, aber es ist mein Leben. Es bleibt in der Familie. Am Dienstag um 20.15 Uhr in Sat.1.